Yo Leute, ich bin Betty Tallinn und heute zeige ich euch, wie man Skateboard fährt. Als allererstes brauchen wir ein Brett. Ein Brett. Alter, was sollte denn der Scheiß? Das ist ein Schneidebrett, du Vollidiot. Willst du mich verarschen jetzt, Alter? Du hast gesagt, Brett. Guck mal da hinten, da ist ne fucking Rampe. Ja, das ist ein Brett. Skateboard, meinte ich. Im Skript, guck mal genau hin. Alter, weißt du was? Mach's einfach selber. Weißt du was? Mach's einfach selber. Was? Das ist kein Problem. Auf dich kann ich verzichten. Geh doch! Geh doch! 13 an den Skateboard zu fahren! Yo, was geht? Cookie Green am Start. Ich würd sagen, ich zeig euch richtig krasses Skate-Action. Auf Befehl, Chabos-Style. Ja, auf Befehl, Chabos wissen, wenn der Bobo ist. Sie kommen aus dem Dreck, yeah. Ich bin so verdacht cool, schaut nicht auf die Straße-Style. Oh, ein Türkisch-Glocke. Zombie-Jäger. Der Noob! Noobie! Das Schleichen! Blihhh! Bliiiiiih! King of the castle! Bitch, King of the castle! King of the castle! King of the castle! Der Chiller! Hey, hast du was? Wie Viagra So laut Hast du was? Wie Viagra Wie ist es? Schnell wie es geht Polizei, Polizei Kommt drauf Schnell So wie Baby Talent TV Der Gitarrist Der Hipster Ey Mann, Alter Krasses Wort, Bro Ey, voll das Accessoire Ey, YOLO, ich kann gar nicht fahren Swag, Alter Das ist Swag, Mann Der Fußballspieler Ich glaube nicht Der Fußballspieler Chiri, das ist mindestens gelb Die Krabbe 13 Jahren Skateboard zu fahren So Leute, das war mein krasses Skatevideo Ich hoffe es hat euch gefallen Es war echt mega krass Checkt mal die letzten Videos aus Wäre voll episch Abonniert Cookie Breed Und checkt nochmal das Outtake Video aus Dann würde ich sagen Ciao Bis zum fucking nächsten Mal Bis zum 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 nächsten Mal